Heute möchte ich mit dir über einen Rohstoff sprechen, der parabolische Preisentwicklungen angenommen hat. Viele sprechen darüber, es ist der Kakaopreis. Kakao wird natürlich für vielerlei Dinge verwendet, insbesondere für Schokolade, aber auch Heißgetränke, für viele Dinge auch des täglichen Lebens und große Unternehmen, große Konzerne nutzen es. Nestle natürlich mit ihrer Schokolade, Mondelez mit Milka natürlich auch oder auch Hershey sind eine der vielen Vertreter. Ich möchte mit dir heute über ein Unternehmen sprechen, das wenige wahrscheinlich kennen, aber wahrscheinlich der Kakaotrade des Jahres sein könnte. Bitte hier aber auch, mach deine eigenen Hausaufgaben, zieh dieses Video nicht als Kaufempfehlung an, sondern frag dich vielmehr, wo könnte hier der Fehler liegen in der Analyse und lass uns dann gerne unterhalb des Beitrags die Fehler gemeinsam entdecken, damit wir miteinander schlauer werden. Bevor wir über die Inhalte sprechen und das Unternehmen, das ich euch vorstellen möchte, möchte ich dir eine Sache nochmal veranschaulichen, denn Rohstoffe entwickeln sich immer in einem sogenannten Schweinezyklus. Kann man auch googeln, Schweinezyklus im Zusammenhang mit Rohstoffe und der wird insbesondere dann transparent, wenn man sich Öl anschaut. Öl verfolgt auch einen sogenannten Schweinezyklus, denn immer dann, wenn Öl relativ teuer ist, wenn Öl viel kostet, dann gehen Explorer, also Leute, die Öl quasi fördern hin und tun viele Förderanlagen installieren, neue Ölförderanlagen, denn es lohnt sich, es rentiert sich, es macht Sinn, viel mehr Öl zu fördern, denn es wird ja gut bezahlt. Diese erhöhte Fördermenge, die dann darauf folgt, mit einem zeitlichen Versatz, führt dazu, dass auf einem Ölmarkt die Menge steigt, das Angebot bleibt aber in etwa gleich, steigt nicht sehr, fällt nicht sehr und so ist es dann schlussendlich die logische Konsequenz, dass die Ölpreise wieder fallen. Wenn Ölpreise dann gefallen sind, macht es für die Ölförderer keinen Sinn, neue Förderanlagen zu installieren. Teilweise werden sogar Förderanlagen, die hier oben bei dem Preis installiert wurden, abgeschalten, weil sie defizitär sind. Und so ist es dann eben, dass das Angebot, die Menge an geförderten Öl stark sinkt, das Angebot aber gleich bleibt und so kommt der Preis wieder in einen Aufschwung, immer mit einem zeitlichen Versatz, aber das kannst du letztlich für ganz, ganz viele Rohstoffe so sehen. Und einer dieser Rohstoffe, nehme ich dich mit auf den Bildschirm, der dem Ganzen auch folgt, ist der Kakaopreis. Parabolische Züge. Wir haben hier den Kakao im britischen Pfund jetzt angezeigt, auf finanzen.net und letztendlich ist es so, dass der mal bei 2.000 Pfund die Tonne, glaube ich ist das, das müsste die Tonne sein, im Jahr 2021 war und jetzt hat er sich vervierfacht. Also das ist extrem. Jetzt ist es allerdings so, wenn man sich die kurzfristige Entwicklung anschaut, sind wir jetzt 1,5% gestern gefallen und haben hier oben sowas wie ein kleines Plateau ausgebaut. Also es könnte womöglich jetzt zu einem hoffentlichen Stillstand kommen und dann mit einem gewissen Zeitversatz zu einer Reduktion der Preise. Wo kommt es her? Also es gibt Gebiete, wo das sehr, sehr stark angebaut wird. Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, das ist auch sehr stark Afrika, wo Kakao angebaut wird. Und da hat es in den Regionen, wo es angebaut wird, ist es zu starken Regenfällen gekommen, sodass also die Ernte tatsächlich schlecht ausgefallen ist und jetzt einfach ganz wenig Kakao da ist. Also du siehst hier auch wieder Schweinezyklus, wenig Kakao. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn diese Kakao, den Kakao, die Tonne Kakao, du für den vierfachen Preis absetzen kannst, gibt es ja Landwirte weltweit, die womöglich auch die Überlegung haben, kann ich Kakao anbauen, ja, nein, ist es bei mir überhaupt wirtschaftlich, ist es überhaupt fruchtbar? Wenn ja, dann wirst du sehen, dass die jetzt ihre Ernte abholzen und Kakao pflanzen. Das ist völlig klar, weil wenn du den vierfachen Preis bekommst, ist das lukrativ, vielleicht besser als Mais oder Soja oder was du da auch immer anbauen könntest. Bitte, ich bin kein Landwirt, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber so funktioniert das. Und dann wird die Menge an Kakao auch wieder steigen und dann fallen die Preise. Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag am 19.04.2024. Gemeinsam mit Prof. Dr. Max Otte, Prof. Dr. Homburg, Dr. Markus Krall, Dominik Kettner und vielen weiteren tollen Sprechern werden wir den folgenden Fragen auf den Grund gehen. Wie geht es weiter im Krieg Russland-Ukraine? Welche Auswirkungen haben die Kriege im Gazastreifen? Welche Auswirkungen haben mögliche Scharmützel in China und Taiwan? Wie geht es weiter mit der aktuellen Bankenlandschaft? Und wo können Sie eigentlich Ihr Geld noch sicher und rentabel anlegen? All das am 19.04.2024. Anmeldung der begrenzten Tickets bitte unterhalb dieses Videos. Und ich möchte dir heute ein Unternehmen zeigen, das eben natürlich dann auch von fallenden Kakaopreisen profitieren könnte. Bevor wir das allerdings tun, möchte ich dich mit dir zusammen unser Aktienanalyse-Tool anschauen, denn das ist ein wichtiges Instrument immer dann, wenn du dir auch neue Aktien anschaust. Mit diesem Analyse-Tool, welches du dir auch hier unten kostenlos herunterladen kannst, kannst du alle Aktien weltweit bewerten und das quasi auf Mausdruck. Also mit einem Klick kannst du quasi bewerten, ist diese Aktie jetzt gerade teuer oder ist sie eigentlich recht günstig. Und das wäre jetzt eben die Bitte an dich, lade dir das Ganze mal herunter und mach das Ganze für folgendes Unternehmen. Und das ist nämlich das Unternehmen Barry Kalle baut. Und es ist ein Schweizer Unternehmen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig ausspreche. Sie kommen daher mit recht vielen Marken. Also das eine ist Kakao Barry, also Barry, dann Kalle baut an sich selbst Capremio und noch weitere, das scheinen sehr, sehr hochwertige, wahrscheinlich auch preisintensive Kakao, teilweise aber auch Kaffee- oder Heißgetränke-Marken zu sein. Wir schauen uns das Ganze mal noch ein bisschen näher an, denn was Barry Kalle baut auch macht, also sie haben ihre eigenen Marken, aber sie sind quasi auch für andere große Konzerne tätig, um diese Rohmassen herzustellen. Also sagen wir mal, wenn jetzt eben Nestle Kakao braucht oder Mondelez oder Hershey, dann heißt das ja nicht unbedingt, dass die ihre Kakaomasse tatsächlich selbst herstellen, sondern sie könnten es ja auch von Fabriken weltweit kaufen, wie es hier jetzt endlich Barry Kalle baut auch macht. Ja, aber das ist eben zu wenig, also Barry macht da noch viel mehr. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also hier, du siehst Hafer-Kakao-Getränk von Van Houten oder Van Houten. Bitte, ich bin in der Aussprache hier jetzt wahrscheinlich falsch, also ich bin schon wieder auf die Kommentare gespannt, aber das ist dann eine Nebensache, würde ich mal behaupten. Ja, also die machen hier eben auch Getränke mit eigenen Marken und ja, um diese Bohnen geht es im Übrigen, so schauen diese Kakaobohnen aus. Ja, wobei das könnte jetzt eine andere Nuss auch sein, aber die Kakaobohnen schauen auch ähnlich aus, sagen wir es mal so. Ja, und da geht es natürlich um viele weitere Genussprodukte. So, jetzt schauen wir uns aber mal die Aktie an, das ist ja das, was uns natürlich auch interessiert, denn gehen wir erst nochmal in die große Entwicklung rein, schauen wir uns mal den Monatschart an, so und dann ist das Unternehmen also seit 2000 an der Börse, ist da bei 212 Schweizer Franken gestartet, hat dann sich in der Folgezeit verzehnfacht, was eine ganz, ganz tolle Leistung ist und ist jetzt aber eben, und das schauen wir uns ganz kurz an, vom Hoch sage und schreibe 50%, ich darf ein bisschen runden, 50% abverkauft worden, die Gründe sind nachvollziehbar, Kakaopreis hat sich vervierfacht, ja, also das ist natürlich extrem. Langfristig kann man aber sagen, dass wir jetzt definitiv im überverkauften Bereich sind, also wir sind jetzt gerade in Bereichen, wo die Aktie wirklich günstig ist, wo sie überverkauft ist, jetzt gehen wir mal nochmal in den Tagesbereich hinein, da tue ich das nochmal ein bisschen größer ziehen, aktuell haben wir kurzfristig noch kein Kaufsignal, das will ich ganz klar sagen, sind aber womöglich hier an einer Bodenbildung dran, also das könnte eben sein, dass wir hier jetzt nochmal irgendwie auf diese 1200 nochmal zurückkommen und dann gegebenenfalls einen ersten zaghaften Versuch machen, hier wieder den Turnaround hinzubekommen, denn nochmal, ich gehe nicht davon aus, dass diese Kakaopreise, wie es du hier siehst, weiter so Bestand haben werden, ich gehe vielmehr davon aus, dass der Schweinezyklus auch hier greifen wird, wie über allen Rohstoffen und jetzt eben gerade Landwirte weltweit Kakao anbauen wie die Wilden und dass er dann eben zu einem späteren Zeitpunkt dann tragend wird, ja. Also gerne lasst es uns in den Kommentaren wissen, was hältst du davon, nutz bitte mal dieses Aktienanalyse-Tool, bevor du da dich in irgendwelche Manöver begibst, ja. Erstmal nachdenken, ist es kaufenswert, ist es nicht kaufenswert. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, bis zum nächsten Beitrag, ciao.